Das ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Dragon's Dogma, Part 53, zu sagen, wie wir aufgehört haben und ist auf der, wie es aussieht, hier auch mit der letzte Part für heute, und, ja, so, eigentlich geht's noch weiter hoch, okay, er wurde raus hier, da müssen wir dann, da müssen wir dann später mal wieder zurück, wenn was ist, so, wenn wir noch einen Schlüssel haben, hier geht zurück, dann können wir uns das letzte auch noch holen, so, so, letzter Part für heute, und dann geht's morgen weiter, jawohl, da vorne ist es schon, wo wir hier müssen, und dann, tritt rein, bringt Glück hinein, also, Okay, Und hier in dem Turm des Blauen Mondes, hier, werden wir hingehen, werden hier nämlich noch ein Ding reinsetzen, auch hier noch, weil das wir nicht so weit haben, werden wir hier noch ein Ding hinsetzen, so ein Kristall, es gibt hier auch noch einer zu holen, So, Und hier noch mal ein Spächer tritt rein und bringt die kühle ein so leute so freunde, jetzt sind wir hier, wo wir hinwollen ja was sind die anderen auch schon so was sind wir hier, wo wir hinwollen, wo wir hinwollen wo wir hinwollen wo wir hinwollen okay okay Was ist das denn? Was ist das denn? Wir treten ja weg Alter Trotzdem aufhören Schädchen, er war mein Scheiß Warte mal Die hätten Dreckigen Warte Das ist Geld verfügt Ja, er macht... Hau rein mit dem So Die dreckigen Sack Die Wutten durch Was denkst du dir so Freundchen? Aber nicht bei mir Alter So 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 Alter Aber du kriegst viel So 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 Mit Leute Leute, helft mir doch mal Alter, was macht ihr für eine Scheiße? So 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 Dreckiges Gelder Jetzt hört auf Aufstieg 35 Könnt ihr mal helfen? Danke, erlobt Dreckiges Viecher Von wegen Was? Was zum Nerven hier? Schau Freundchen Zu dir da oben Hau, ab jetzt Du hörst hier auf zu zaubern, Dinger Oh Komm Freunde Was ist das für sauber? Was ist das für sauber? Hau auf zu zaubern, Alter Das ist nicht schön Hau auf zu zaubern, Junge Leute Kommt doch mal her jetzt Ich brauch euren Mittelfeld Noch einmal Was macht ihr, wenn ihr Mist? Können wir auch mal Verhalten? Was machst du jetzt denn? Was ist das für sauber? Wann kann es gehen? Dinger Jetzt haut ab hier Langsam hört es echt auf hier Jetzt haut er es ab hier Jetzt haut er es ab hier Das Viecher, ey Ich hab noch nicht Wir haben noch ein paar Wir haben noch eine Schmerzen Jetzt haut er auf Oh Was ist das für die Schmerzen? Kommt her Leute Ja das war wieder Schmerzen Ja das war wieder Ja das war wieder Schmerzen Hau ab du Drecksvieh Jetzt hau ab du Drecksvieh, mein Gott Leute können die mal Leute was macht, die können die mal zaubern verflucht Ok So 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 Ja warte mal Freunde runter 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 Hilfe nirght Oh Leute jetzt kommt er her Ah ok Alles klar Ich mach dir das Ding kaputt Let's see if we leave So Freunde komm durch jetzt Perfekt Alter seid ihr doof So Freunde So 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 Ja, cool. Oh, hier, nimm. Ja, cool. Weiter geht's, Freunde. Lauf doch, Alter. Lauf zu jetzt. Mach hier nicht so einen Blödsinn da hinten. Na, halt so. Hm. So. Ja, halt. Hat schon gestimmt, was ich hier mache. Ich muss da schließlich anheben und auffüllen hier noch. Hi, Freunde. Genau, wegen General. Taylor. So, Freunde, wir haben es geschafft, aber Wrestling hat es nicht geschafft. Schade. Egal. Mal, dass man das auch gut aus hier mitnehmen kann. Dann geht's. So, die sind jetzt hier schon mal hier drin. Das ist schon mal gut. Oh, Alter. Da hat sie von wieder jetzt schon gekommen. Och, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, da unten stimmt gar nichts. Dann gab's nix, was so wichtig war. Oh, nee. Do not let down your guard. Äh, halt. Boah, speichern erstmal. Bevor hier irgendwas ist. Was sagen wir mal leh, Gurklee? Na klar, unten noch mal das Speicheln kann, aber hier geht's nicht. Anscheinend ok. Freunde Ernsthaft jetzt Wow, Steffen Ah, kein Problem Oh man, warte Oh man, Steffen Ernsthaft Oh, der ist wohl noch runter da oben Perfekt Jawohl, er brennt, er brennt, er brennt Sovkunde, umdrehenz wir haben ihn fast Leute wir haben ihn fast komm schon, gib mir Feuer aber komm ja, gib mir Feuer, genau, gib mir Feuer so so, Tracks greift, das hast du davon so, soll ich schon die Kohle einsacken hier die nehme ich auch mal mit, klar, da am dritten so, warte mal okay, warte mal ausrüsten hier schnell, warte die Maskulant gebe ich ihm die die oder das ist die ich muss noch die Spiele zu verbessern Okay Mal gucken Ich meine, kommt jetzt hier mein Radium Okay Okay Oh, schein ich habe das Gefühl Steffen, hi Okay Okay So, Freunde Jetzt runter So ist das wohl der letzte Part für heute Endlich So Dann wollen wir schnell hier runter gehen Und Jetzt, jetzt hau doch mal ab hier Ich muss jetzt kurz noch was machen hier Bevor wir hier verschwinden können Bevor wir hier verschwinden können So, jetzt ranne ich den restlichen Stück schnell mal ein bisschen So Jetzt mach, komm Perfekt Perfekt Das heißt Jetzt Jetzt nochmal ein Zielkristall Und den Benutze ich jetzt hier Ja Ja Jetzt habe ich den Zielkristall hier angebracht Schnell Jetzt kann ich ihn wieder Nehmen Aber ich mache es nicht Ich brauche den Zielkristall Deswegen würde ich den hier nicht mehr einstecken Schnellkristall Ja, klein Sachen zurück So So Ja, meinst du hey got this one Jetzt zieht er hier rein Erstmal schnell die Verwaltung Einladen hier schnell Wo wird es heute sein? Wie wird es heute sein? Wie wird es heute sein? Wie wird es heute sein? Entschuldigung Hm Sind deine Verwaltung fertig? Hm Oh, das war's, dann wenden wir jetzt hier den Punkt